So, ihr könnt noch Kanalpunkte reinpfeffern. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die erste Runde. Pistol Round. Fnatic muss verteidigen. Und Loud ist schon auf dem Spot. Booster ist, by the way, auch schon down. Let's this match. Das ist alles entscheidend. The final match. Oh Gott, die pushen zu dritt. No, man. Unbelievable, man. Unbelievable. Guck mal, 16 HP, 14 HP, 32 HP. Alle low, ey. Okay. Als Wettmenü müsste unten im Chat angezeigt werden, wenn du auf die Kanalpunkte drauf klickst. Boah, ich wäre so gern jetzt vor Ort in der Crowd, ne? Nur halt leider Lautfan wäre ich gerne. Schade, der hätte sitzen müssen. Ah, Aspars hätte man da abholen müssen. Hat nur noch 46 HP und jetzt geht leider Booster down. Oh, Chad, ich bin ehrlich, die sieht nicht gut aus. Die haben einen kompletten Motivationsboost, man. Die komplette Crowd ist hinter denen, man. mehr Stimmung als bei RB Leipzig, ey. Die Stimmung ist so geistenskrank, absolut für dich, ey. Lautspiel ich vor allem schon wieder den Harbour. The crowd response just serves to heighten that. It's not an external pressure, it's the amplification of the external pressure, that everyone of Fnatic already feels. Oh, guter Shock, Dart. Weil der hat so keinen wirklich getroffen. Hey, what? Die Runde muss man jetzt holen, sonst ist man gebrochen. Sowohl finanziell als auch mental. Interessante Sage-Wall. Oh, wichtiger Pick, Dirk, wichtiger Pick. Warum? Warum, Dirk? Schenk denen doch keine Wendel, du Trottel. Ach, Mann. Aber wenn man trollt, ist das ja auch langweilig, ey. Schön, Chronicle. Okay, wenigstens einer, der fokussiert bleibt. Okay, okay, okay. Keine Ahnung, Mann. Was war das? Keine Ahnung. Der wollte für ein fancy Play gehen. Gut, der lebt dir nach. Danke für den Followern, willkommen. Ja, die Wendel würde ich auch mitnehmen. Hey, gut, dann der Leck. Peak Tabor. Ja, auch wieder richtig. Sentex. Aber der Peak war noch vertretbar. Was Dirk da gemacht hat, war halt ein kompletter Int. Und dann der Spray-Kronicle ist immaculat. Immaculat von Chronicle. Chronicle! 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 Alter, halt die Boobs. Holy shit. Die haben mich ja angestarrt, ey. Spiel gegen Fokus ist morgens, Julu. Ja, ey, musst du mal hinkucken in der Crowd, Mann. Da sitzt noch ein paar schöne Mütter mit schönen Töchtern. Es ist ihm, der ist der erste Spieler, der zwei Titel zu leben. Dirk hat auf seinem eigenen. Ein bisschen ein Flash-Bay. Dirk hat es sehr schwierig, in der ersten Runde zu kommen, wegen dieser Kaskade. Sie ist immer, immer wird er in seinem Gesicht sein. Wir haben die Buzz-Krugel mit ihm auch gesehen. Derka nicht so easily dissuaded. Und er wird er ÖPN! My goodness! Shot connects, aber das ist ein Instant Reply. Insane confidence, doch, ist es? Lauter muss er erstellen, dass Dirk hat es erstellen, so Dirk starts zu play ein bisschen mehr passiv. With Cowenzin fallen, the threat of a Flash-Thruh-The-Smoke, a Flash-Thruh-The-Viper-Wall ist nicht da, aber über die B. Die Runde ist jetzt wichtig, das wird nahe push, die haben die Viper, Wall für den Retake, aber, oh, Double Lineup, aber das leider für Default, wait, nice Boaster, nice, no way, what are they doing? Man, das war so gut gemacht von Boaster und dann piekt er einfach nicht. Komm, Alpha, yeah, beide low, beide low. Oh, du hast halt Viper und Killjoy im Afterplan, du hast jetzt noch zwei Snakebites, aber kein normales Lineup, zieh durch, Pros never fake, Pros never fake! Der kommt! Fünf, vier, drei, zwei, eins! You've got to be kidding! What is that? What an absurd round! How Aspas got that much value on the flank, I'll never know, And how on earth does Alpha, yeah, get that? And bring things down, two milliseconds, the difference. That's how close that was. There's breath away. But you've got it 2-2. You've got to put full focus forwards. Durk is looking for an early fight again. Boah, Eco jetzt für Fnatic, oder Half-Ball zumindest. Fnatic normally are unassailable on their defense side. Sometimes their attacks don't look as solid. But defense side of Icebox, they are usually immaculate. Normalerweise ist Fnatic auf der Verteidigung echt insane, ja. Okay, wichtig. Ich sehe nichts mehr. Boah, die spielen halt so einen ekelhaften Afterplant, ne? Die müssen jetzt aggressiv peaken, schön gemacht von Boaster. Stingergott. Man muss halt langsam für den Defuse gehen. Aber jetzt sollte man die Runde haben. Die Runde sollte man haben. Jetzt nicht trollen. Einfach zusammenpicken. Eins, zwei, drei. Ja, haltet das zusammen, einer zieht durch. Schön. Das hat man schön gespielt. Das hat man schön gespielt. Das war sogar der Eco-Chat. Komm, Fnatic, auf geht's, komm! Boah. Also hier schenkt sich keiner was. Schön gemacht. Come on, let's go, komm. Ich meine, Leo hatte auch einen Bulldog, aber der Öpner ist ludikrös. Der Kill auf Sadak ist auch ziemlich clean. Und er ist nur peaken mit dem Rest von Fanatik, als der Swarm. Das auf jeden Fall, ey. Das auf jeden Fall. Geil. Okay. Half-Buy jetzt von laut. Oh Gott. Oh, die haben so viel Deep Space jetzt schon. Aber das thront man jetzt. Auf Snowman. Die Info hat man. Jetzt Leo nicht innen. Leo nicht innen. Oh, Leo. Die holen halt jetzt so viel Zeit raus. Aber Dirk ist jetzt auch am Start. Schön. Double Kill. Harbour ult ist halt auch noch am Start. Das Ding ist, Dirk kann das jetzt carryen. Der hat noch sein Dash. Man muss halt jetzt langsam an den Spot kommen. Das Ding ist, man hat halt trotzdem noch die Orb liegen. Schön. Jetzt ist die Wall da. Die Wall sollte es clear. Die Wall sollte es carryen. Aber man geht nicht für den Defuse. Oh, wieso piekt man das? Wieso piekt man das? Wieso piekt man das? Die Wall sollte die Vorteile haben, based on the economy or the early picks, die sie generieren. It can turn in a moment. Da hätte man Yellow einnehmen müssen. Das war nicht gut gespielt. On this roster, he stepped up along with Aspas. Aspas has been so quiet in this series. And now bring it to Durkha. Durkha put out our challenge. The title of the King of Icebox. He wants to hold it down. Of course. Loud happy to contend. Happy to bring the fight to them. Booster. Close angle here held. With the Vipers pit. I'd be looking to use it. Yulichek sind echt heftig. Aber die Observer waren auch schon mal besser. No way. Nein. Nein. Das war gut gedacht. Und man hat immer noch einen Lurk auf. Ah, die rotieren rüber. Ein Knife. Komm. Wie ist er enthält? Wie ist er enthält? Die Feuer ist weit. Und die Kälte hat bereits gemacht. Spike. Stattlich macht seinen Weg jetzt jetzt nach A. Alarmbar. Close. Und Turgus spawned. Where does die Weapon rehold? Wie ist das? 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 Und du kannst den Fanatik-Krummel herstellen. Das passiert in dieser ersten Quarter von Icebox. Boah, ein kritisches Game. Die brauchen mal noch ein paar Runden in der Defense, weil der Attack wird schwierig. Ich will den Ball, um mich zu beruhigen. Good luck dabei, Kayla. Time out. Und so far, it feels like Mat5 in loud DRX. We're able to summon something extra. Another gear, when their team needed it the most. And they put the pressure on their opponents who crumbled. But not taking a timeout. Icebox is T-sided, yeah. Aber Fnatic spielt auf Icebox immer für T-side. Fock dir mal das Lineup an. Wobei, du hast sogar inzwischen Durker auf einem Duolisten. Aber du hast Killjoy und Sage. Beide Sentinels, beide sehr passiv. Und, na gut, Viper ist so ein Klassiker. Aber, ähm... Du hast auf der anderen Seite... Ja, wobei, Harbour kann ich nicht so richtig einschätzen. Schön, Durker. Schön, Durker. Schön, Durker. Schön, Durker. Jetzt zurückfallen lassen. Das gibt's doch nicht. Durch 15 Smokes gibst du wieder den Headshot. Ich glaube, das ist aktuell echt auch einer der Gründe, warum so viel Fandom gespielt wird. Weil überall Smokes sind. Drei gegen drei. Wir haben noch die Alpha-Year, die Killjoy-Ultimate, aber Z-Hack hat die auch. Beide Lockdowns sind da. Der Harbour macht eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Job. Man muss ihn halt immer als Double-Controller spielen. Ich kann nur zur Einzelnen kommen. nur für S-Singular-Moments. Glippen in Zeit... ... um die Tide zu verändern... ... um die Tide zu verändern... ... um die Tide zu verändern... ... und nicht Angst, um die Rotation zu kremen. Warum? Warum hält man das halt nicht, man? Konzentriert euch jetzt. Schöne Duels. 3-5, Chat. 3-5. Mantle Reset für Fnatic, super wichtig jetzt, ja. Und mal auf Dracke, danke für den Follower bekommen. Komm, spreader jetzt rein, Fnatic. Oh Gott. Oh, du hast ihn doch links gesehen. Das ist ein Sedgewall. Oh, Chronicle, schöne Wall. Schöner Off-Angle. Ah, wieder 3 gegen 3. Aber immer noch Kill the Ultimate. Und Leo nimmt die Ult. Schön. 2 gegen 3. Die Runde ist jetzt wichtig. Die Runde ist jetzt wirklich wichtig. Jetzt bitte nicht trollen. Du hast noch die Ultimate, Alpha-Year. Man hat Lineups und man hat die Ultimate. Aber man kann jetzt mit der Killjoy-Ultimate arbeiten, um sie aus der Ultimate rauszubekommen, aus dem Vipass-Pit. Scheiße, Lockdown down. Und Boster geht auch down. Jetzt kannst du es nicht mehr holen. Das musst du doch verteidigen, dann. Ja, ich bin unzufrieden. Ja, absolut. Kick-Summer. Ja, ich bin unzufrieden. Ja, ich bin unzufrieden. Amazing play. So stable from them. The way that they navigate that pit, get the spam on the Lockdown. And so many dangerous situations where Fnatic, you know, maybe even get away with too much. And Lout still come out on top. I think the massive difference maker so far, though, not that he's closing the rounds out, but Aspas is really delivering. He has been so quiet in this series so far. And all it takes is one player to step up. And suddenly, massive shift. Imagine the kind of performance that Durka loves to put on in a regular basis. 14 to 4. Oh, Babels. So, Kinetik. Ey, was soll ich sagen? Die Spieler ist gerade sehr, sehr gut laut. Mal gucken, ob Fnatic sich nochmal fängt. Hey, Kiwi, grüß dich. Tschüss. Schön, Frenzy. Schön, Boster. Was sind das für Peaks? Der Peak verstehe ich nicht. Wieso piekt man so gegen den Rifle, gegen den Phantom? Und dann piekt jeder einzeln rein. Harburg kriegt echt viel Value gerade. Alles gut, Keller. Aus meiner Sicht nicht, aber vielleicht sieht der Matze das anders. Die Harburg-Ultra-Actually stark, ja. Ich würde auch sagen, dass Laut... ...metatechnisch... ...vorne ist. Auch wenn sie einen Agenten mit reinspielen, geht das mal, der absolut Trash ist. Richtig. All meine Punkte für Betten auszugeben, nutzt es jetzt sinnvoll ein, um euch allen einen Witz zu erzählen. Hier nennt man schlaue Enten. Steht denn? Euch allen noch einen tollen String. But it's all in loud favor. Eighth round, Kain. Three-Nine-Curse-Double. Gute Nacht, Schlamis. Genießt noch den Abend. Auch wenn Fnatic verliert. Wir drücken noch die Daumen. Aber FBL auch nicht eine wunderschöne gute Nacht. Ich denke, dass die Ersten sich jetzt auch langsam schlafen legen. Ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder am Start seid. Wenn wir dann selber antreten und spielen. Ich würde mich sehr freuen. Und sie sind jetzt in der Kontrolle des 5. Final-Maps, der Decider in den Grand-Finals. Rapptor AX, die auch danke für den Follower meint. Auf vier Leute, Guys. Dann haben wir die 27.000 Follower, by the way. Nein, ich spiele da viel von dem Jubel. Nein, nicht wirklich Hallo gegeben. Die haben zwei Headsets auf. Eins mit Noise-Canceling, ein In-Ears. Ähm. Aber klar. So wie die da trommeln. Das fühlst du einfach. Die Vibration. Das fühlst du. In der Brust einfach. Ich spiele das sehr gut. Aua, aua, aua. Also, 3-9-Curse, Chad. 3-9-Curse. Die Pistole ist jetzt sehr, sehr wichtig. Wir gehen morgen um 11 Uhr live. Legolas. Um 12 Uhr spielen wir dann gegen Kuba. Im VCT-Warm-Up-Turnier. Ja, was ist das für ein Ninkers? Äh, oftmals im Proplay drehen die Teams, die hinten liegen. Aber auch nur bei einem Punktestand von 3-9. Ähm, nochmal das Game. Jetzt nicht aufgeben. Absolut. 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 Ich will nur ein kleines bisschen, aber Fnatic macht das echt einfach. Battle verspricht mir, dass es morgen besser macht. Babels, wir werden doch sowieso... Wir haben morgen... Also, du musst dir vorstellen... Ja, wir machen das morgen besser. Ich habe gerade ein Bild von euch gemacht, Chat. Nee, Angelot mir was geschrieben. Das Muggel. Gibt es einen deutschen Spieler in Fnatic? Nein. Nein, nein, nein. Gar keine deutschen Pro-Play, genau. Morgen mit dabei. Vielleicht sind die auch gerade noch im Chat. Ist Maurice, Rubizzi, Omendiff und Daveski. Daveski hat auch mal bei Angry Titans gespielt. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Angelot mir ein Foto geschickt. Oh, Leute. Yeah, Baby. Gecko-Mobility wurden schon gezeigt, Manager, ja. Video kommt am Montag. Also, zweite Halbzeit. Fnatic greift jetzt an. Ihr packt das morgen. Oh, danke, Angelo. Ich würde mich freuen, wenn wir das Game morgen holen, weil das ist echt das stärkste Team. Schön, dass du noch da bist, Mann. Ja, Rubizzi auch noch im Start. Sehr gut. Machen wir den Robert. Wuuuuh. Ja, sit down, Alter. Was würden wir machen, ne? Ihr müsst das morgen packen, Lamy. Ich bin zuversichtlich. Wir haben ein sehr, sehr geiles Teamplay. Wir haben ein sehr, sehr geiles Teamplay. Boah, die haben so geisteskrankes Cross-Up-Placement und Aim gerade laut. Booster lässt sich aber auch ganz, lässt die Leute auch mal hinsetzen. Sehr schön. Okay, die haben jetzt aber auch einen guten After-Player, wenn sie es nicht verkacken. Wenn sie es nicht verkacken. Verpisst euch. Verpisst euch. Komm, ihr habt Nanoswarms. Ihr habt Snakebites. Gut, Snakebites habt ihr nicht mehr, aber habt ihr Orb noch auf dem Spike. Oh, Booster. Die Sky ist auch wirklich stark. Also, Quanzin hat schon so viele gute Plays damit jetzt gemacht. Der defused, der defused, der defused, guys. Alter, SPS haut so viele Shots raus. Ihr kriegt das hin. Ihr kriegt das hin, Chad. 21 Kills. Wow. Glaubst du noch dran? Soll ich ehrlich sein? Loud spielt das gerade viel zu gut. Loud hat Momentum. Die haben die Fans. Die haben die richtigen Reads. Die haben das Aim. Die haben das Cross-Up-Placement. Die haben die Strategie. Die haben das Team-Play. Die haben die Flashes. Ich glaub nicht mehr dran. Bin ich ehrlich. Und ich glaube, Fnatic glaubt auch nicht mehr dran. Und das ist auch sauschwierig, wenn die komplette Crowd bei jedem verdammten Kill vom Gegner so durchdreht und du 13 hinten liegst. Die Timing stimmen nicht. Die Smokes stimmen nicht. Seht ihr das? Sie haben halt auch einfach viel Pech. Jetzt wird von hinten von vorne gepiekt. Loud hat das gerade einfach in der Hand, das Match. Warum sind da nur Loud-Fans? Leute, Loud ist ein brasilianisches Team. Und das ist in Sao Paulo, die Hauptstadt von Brasilien. Ist die Hauptstadt, ne? Ja, okay. Nur noch mal ganz kurz checken. Geo-Leistungskurs. Und selbstverständlich sind dann halt nur Loud-Fans drin. Brasilien? Ja, hab ich doch gesagt. Was hab ich gesagt? Ach, Brasilia ist die Hauptstadt. Warte mal, was? Jesus Maria? Warte, nein. Hä? 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 Brasilia ist die Hauptstadt. Die Hauptstadt von Brasilia. Brasilien ist Brasilia. Hä? Wie unkreativ, Alter. Um unsere Hauptstadt dann auf Deutsch schla? Um nennen oder so? Sao Paulo ist nicht Hauptstadt. Leute, ich hab Erdkunde abgewählt, Alter. Extra gebaut dafür. So wie Washington. Warte, Washington wurde auch echt gebaut? Moved? Als... Okay. Ja, wieder was gelernt, Shit. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Omega-Tance. Tja. Geistesklank. Einfach Geistesklank. Muss gut noch live. Und mit jedem Spieler, der Fall ist falsch. Es war einfach so verdammt schwierig für Fnatic. Ein Flashplate. Less getting confident. Has to be punished. He gets out alive. He's gonna receive the heal as well. Cowanzeen taking a bit of damage for it. War forwards close. Fight taken trades are there. Schön, Alphier. Bruder, will sie auch mal rumdrehen? Ah, 34 AP. Wenn die Runde lässt sich holen, ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Grüße für eine LAN-Party mit Jonas. Mir und Andre. Ist Felix nicht mehr da? Ne, Felix war gar nicht da, ne? Grüße zurück an die Jungs. LAN-Party, wie wild, ey. Ja, Fnatic hätte bei Splits zu machen müssen. Und so gibt's den Reverse Sweep. Aber stellt euch mal vor, Fnatic holt das jetzt noch. Chronicles sieht echt ein bisschen gebrochen aus. Ja, hast recht, Weißdelta. Let's the map, Nuckel, ja. Okay, 4-11. Jetzt hat man wieder Geld. Wobei, hat man nicht mal, man hat nicht mal Geld. Aber Lout hat auch nicht so viel Geld. Chronicles, weinschauen noch. Okay, wie geht's dir, Mann? Wir kommen im Stream. Was machst du noch so spät, ha? Wenn Lout noch gewinnt, 10 Zaps. Ja, Bruder Molchi, nehm ich dankend an, würde ich sagen. Hä? Gerade ist heimgekommen. Oh je, okay. Was ist unterwegs, oder wie? Der ist sehr stark aktuell. 3D-Adventure, Schwarzlicht-Mini-Golf. Alter, Nuckel, das sieht ja mega geil an, ey. Die müssen jetzt B-Rennen. Sie müssen... Sie müssen... Die müssen B. Sie müssen B. Sie müssen B. Oh, gute Re-Peaks. Gute Re-Peaks. Aber Les hat so starkes Aim. Aber Dirk auch. 2 gegen 2, 40 Sekunden. Nimm den Spike und rennen. Nimm den Spike und rennen. Spike ist noch nicht plantet. Nein. Dirk hat 1, 1. 58 HP hat den Spike. Rennen, Bruder. Rennen, 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 rennen. Das ist jetzt ein Jet-Diff. S-Bass hat dann leider 150 HP. Gekko sieht sehr stark aus, Karnios. Bin ich ehrlich. Auch richtig, Biskit. Auch richtig. Von Ankups. Auch dir vielen lieben Dank für das halbe Jahr inzwischen schon. Danke für deine 6 Monate. Danke für deine Prime. Willkommen. In Mainz auch. Ähm, tatsächlich. Der hängt. Boah, das ist jetzt alles about Game Sense. Boah, Aspas hat halt wirklich 22 Kills, ne? Yes, Dirk hat. Chat Diff von Velf. Come back, Chat. Komm. Guck ich mir nach dem Stream an, Nuckel. Freu ich mich drauf. Soundboard, Soundboard, äh, hab ich nicht, hab ich nicht. Komm, jetzt Time Out laut. Für wen bist du dran und wie merkt man das nicht? Wir sind für Fnatic. Wir waren die ersten Maps auch alle super spannend. Fnatic eigentlich doch sehr dominierend gewesen. Aber jetzt hat das Spiel aktuell laut in der Hand. Aber es scheint so, als hätte Fnatic langsam wieder einen Plan. Ja, natürlich muss dein Puls auf 400 gewesen sein. Du bist halt auch so aufgeregt. Du kannst halt auch nichts machen, ne? Egal wie oft du auf so einer scheiß Bühne stehst. Wenn du im Finale spielst, in der fünften Map, Bruder, dann zittern dir einfach die Hände, Mann. Mental Reset, let's go. Fnatic deutlich höheres Loadout. Jetzt laut in der Eko. Danach 6-11. Komm schon. Du hast immer noch gute Ultimates zur Verfügung. Ich freue mich, dass so viele einschalten, guys. Wirklich, ich bin... Ich bin... Ich bin echt... happy, so viele... Gesichter in den Chat zu lehnen. Schöner Read von Chronicle. Die wissen, dass sie da close stehen. Die wissen das. Komm. Ihr wisst das. Alpha, yeah. Du weißt das auch. Let's go. Du weißt das, Alpha, yeah. Sehr schön. Komm. Lass auch nur noch 9 AP. Du holst jetzt keinen mehr ab. Das wird eine Flawless-Runde. Du weißt, dass der da hinten ist. Du weißt, dass noch einer close ist. Lass, Alter. Bruder, was machst du mit dem? Wirklich. Komm, hol den ab. Schön. Weg mit dem. So. Jetzt nur noch Z-Hack. Klatsch den weg. Und dann war's das. Was sie mit der Sheriff anstellen ist, Geisteskrank. Wirklich. Nächsten, die auch Dank für den Follower bekommen. So, 6-11. Laut kann er es allerdings wieder kaufen. Fenerik hat jedoch 4 Ultimates. Und ich hoffe, sie haben jetzt die richtige Strategie. Weil wenn sie die Runde gewinnen, dann schicken sie laut direkt nochmal eine Eko. Und sie können Geld aufbauen. Auch wenn ihnen Geld nicht so viel bringt, weil sie sich maximal nur noch eine Runde leisten dürfen. Es ist winnable. Es ist winnable. Schade. Schade. Was, was playing, but not updraft play. No bullets exchanged. No blades really being fired. Close drone. Broken. Lannick-Wann-No part of B-Main gonna be evacuating and at this point I'm wondering whether Les is gonna reactively use his ultimate on A because currently Lauda in full control of the B-Sight High Tide goes down Booster doing a similar kind of look as we saw from Les in the previous half goes up, removes the turret and here it is, a reaction they know it's heading towards A sehr guter Lockdown können die da was dagegen machen? nein, keine Sova-Ult Viper muss jetzt aus der Ult raus oder sie bleibt drinnen, wird gecovert das wäre die Alternative ja, sie bleibt drinnen hier ist es wichtig, dass man halt aber was macht man? hä? was macht man? der Spike ist geplantet lol, hab ich gar nicht mitbekommen okay war da Nanosform drauf? ja, ne? ah, der ist oben, der Spike wie smart oh, schöner Schuss von Durkin noch schöne Runde jetzt geht's wieder in die Eko für laut chat winnable komm schon nice, Booster ist jetzt auch wieder wach so, ab in die Eko chat, ab in die Eko für laut komm, auf geht's komm schon Europa komm schon Fanatic komm schon Fanatic komm schon komm schon komm schon komm schon comeback gegen das comeback der reverse sweep it reverse sweep Please no Spam, guys. Please no Spam. Stadion ganz ruhig, plötzlich. Das ist das Finale-Bies, ja. Im Sovald am Revive. Nice. Schön. Dash wieder ready. Dash, du beißt jemand das Mitte. Oh, schöner Lurk von Alpha-Year. Jetzt haben sie es aber. Boah, das war auch ein geisteskranker Flick, aber er ist auf 10 AP. Oh, der letzte noch. Komm, Döcke. Gib Alpha-Year den Kill. Sehr schön. Drei Ult-Punkte braucht er. So, Eko geholt. 8-11, Chat. Wenn sie das 9-11 holen. By the way. Ich würde mich gerade einfach gerne mal bedanken. Für 27.000 Follower. Vielen lieben Dank, Chat. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Paddy. Danke euch, Chat. Danke euch. Und jetzt holt Fnatic hier noch die nächste Runde. Die ist jetzt essentiell. Du hast auch die Sova-Ult für den Killjoy-Lockdown. Oh, oh. Aspas auch nur 100 HP. Kein Schild die Runde. Da ist natürlich ein One-Shop mit der Phantom auf jeder Range möglich. Scheiße. Oh, so geht down. Oh no, oh no, oh no. Du hast keinen Controller mehr. Oh, man kann den Afterplan jetzt aber spielen. Diesmal kann man den Afterplan spielen. Diesmal kann man den Afterplan spielen. Diesmal kann man den Afterplan spielen. Und man hat aber keine Sova-Ult mehr. Warum hat man keine Sova-Ult mehr? Oh, und hinten wird gecovert. Oh Gott. Alfa-Jerde muss jetzt den Kill haben. Dörke den Nächsten. Gutes Timing. Gutes Timing. Drei gegen zwei. Das ist so wichtig, die Runde. Scheiße. Die Orb muss man haben. Die Orb muss man haben. Oh Gott. Leo hat ihn geholt. Oh, Chat 9-11. Jetzt geht's wieder in die Eko. Jetzt geht's wieder in die Eko. Oder Half-Bite zumindest. 9-11, Chat. Komm, Fanatic. Comeback. Das sind die letzten Runden, Parkplays. Das sind die letzten Runden. Go, Fanatic. So spannend. So spannend. 100.000 Euro Preisgeld ist für den ersten Platz angesetzt. Lustig. So, der, die Runde. Fenedig hat das jetzt in der Hand. Fenedig hat das in der Hand. Die sind im Flow gerade. Die sind im Fokus. Die sind im Full-Fokus. Die sind im Fokus. Die waren looking dejected in the timeout. Und ich denke, at this point, die Spieler will truly believe. Sie haben das Pivotal-Threshold. Wo jetzt, du kannst du den horizon. Und es wird alles wiederum. Und es wird alles wiederum. Du hast es durch den darkesten Zeiten. Und es wird alles wiederum. Und jetzt nur ein Haar's-Breath away. Wichtig, wichtig Zwei Fracks, aber man geht down Der Revive ist weg, das ist gar nicht gut Okay, er muss nachladen Er kriegt den Frack jetzt aber nicht mehr Oh, die High Tide ist auch böse Harbour ist wirklich stark, ey Aber was ist die Überzahlsituation? 4 gegen 3, Bosa hat hier richtig noch die Ultimate zur Verfügung Und sie haben eigentlich die besseren Waffen Sie haben auch die High Range Und Harbour hat jetzt keine Fähigkeiten mehr Oh, Matthias ist am Start, Mann Und dann vor allem noch die Bubble Okay, es muss die Ultimate investiert werden Oh, Les, Alter Du mit deinen One-Taps, du tust mir so Weh im Herzen Schön gemacht, Bosa-Light-Majer Schönes T-Play, 10-11, Mann Boah Harbour, stark hört man wirklich nur an der WCT Absolut, ey Actually ist er der allererste Harbour Überhaupt Selbst in der WCT, wo ich sagen würde Er spielt den gut So, das ist jetzt der Full-Buy, Guys Das ist jetzt die alles entscheidende Runde Beide Teams Full-Buyen Guck, da sitzt die mit den Möpsen Bruder, die fallen ja gleich raus, ey Okay, jetzt sind beide Teams heimt Jetzt wieder Timeout von Loud Oder Timeout von Fnatic Loud hat den letzten Timeout gehabt Chat, Alter Die Runde ist wirklich alles entscheidend Druck bei Fnatic ist hoch Not gonna lie Aber auch absolut verständlich Hat man Ab und zu Neon gesehen auf Fracture ab und zu mal Die haben 3-11 zurückgelegen Oder 3-10, glaube ich zumindest Kapurier Moin Oskar, hey Das ist ein Moment Der Win ist ein Moment Mr. Margot Der Win ist ein Moment Weniger beim Abitur gezittert Also was haben wir Wir haben Lockdown Wir haben Revive Wir haben Bladestorm Und auf Seiten von Loud Nur Die Sky Ultimate Die Seekers Und Quanzin Der ja wirklich geisteskrankes AIM heute hat Nur ein Half-Shield Und 5 Phantoms Auf Seiten von Fnatic Schön gemacht Erst wäre schon mal low Aber das liest man auf Seiten von Loud Ah, der Nano Swarm wurde nicht geklärt Vom Sober Arrow Okay, jetzt geht mal für den Plan Die Nano Swarms kommen durch Jetzt Dörke Deine Runde Den Helfenspieler musst du jetzt abholen Komm, hol den Toots Scheiße, das ist Full Flash Gutes Sky Flash Wieso, wieso, wieso zieht er nicht durch? Wieso zieht er nicht durch? Wieso zieht er denn nicht durch? Warum hört denn der Chronicle auf zu planen, Bro? Aber es geht doch, es geht doch Plan geht durch 3 gegen 1 Jetzt 3 gegen 1 Komm schon, Fnatic Oh mein Gott Das wird der Reverse-Reverse-Sweep Das wird der Reverse-Reverse-Sweep Oh Fnatic Oh, das ist der Win Oh Gott, ich drehe durch So much to do So much to watch for Dörke leaves his feet hanging An easy target But time running low Das war's Das war's 11-11, Chat 11-11 Und Eko für laut Eko für laut Und Rekunix Auch dir vielen lieben Dank für den Support, Mann Danke für dein Prime, ey Dankeschön Willkommen bei den Lameys Bei den Schlamys Hier Da hat er irgendwie Chronicle zweimal angesetzt zu planen Oh, das war auch ein wilder Frack von Leo Komm, Fnatic Komm, Chronicle Mann, ihr seid wieder am Start Puh, diese Bubz Ich kann nicht mehr Hat sich geändert, Banyos Hat sich geändert Komm, wir stellen uns auch hin Wir stellen uns solidarisch auch hin Ich stehe jetzt auch Sehr gut Ne, ich sitze Das ist okay, Nuckel So Oh, die Heidheit ist echt böse, Mann Oh, dude, Mann Nochmal vielen lieben Dank für die 100 Bits, Mann Dankeschön Oh, laut ließ sie gut Laut ließ sie gut Komm, richtig Richtig Nein Aber Dörker rinnt noch ein Und Leo kriegt auch noch ein Zwei gegen eins Zwei gegen zwei Scheiße Dörker ist low Scheiße Zeit Jetzt geht das Bike aber down Komm, Alpha here Du kannst das, Mann Du hast das schon so oft bewiesen Oh, scheiße Alpha here Alpha here Komm, deine Runde Yes, Alpha here Let's go Double kill Das kannst du dir nicht ausmalen Das kannst du dir nicht ausmalen Oh, mein Gott Der Spraydown Phantom besser Wirklich Guck mal, wie die durchdrehen Oh, mein Gott Unbelievable Oh, mein Gott Come, Phanatic Phanatic, please Buy-Round von beiden Teams Believe in the truth Du hast es gesagt Ihr habt gesagt Believe in, Alter Boah, ey Die haben halt auch Viper und Haber-Ult Aber die haben Chronicle Mit dem Sage Revive Es ist nicht leicht Es ist nicht leicht Nächster Back-to-Back Nächster Back-to-Back Phanatic holt das Wait, wir haben einen richtig guten Lurk in Kitchen Wir haben einen richtig guten Lurk in Kitchen Ich glaube nicht mehr da Nein Chronicle, let's go Revive, revive, revive Revive Ach, Bro, dreh dich doch rum Komm, Chronicle Nein Okay, Alpha hier Zwei gegen zwei Oh, Poster kriegt auch noch einen Aber erstpass kriegt Alpha hier Das ist all ein Poster Sieben Sekunden Plant Ja, jetzt gegen Troll Oh, er kriegt den Eel Beide 125 HP 130 Meter Und das ist One-Shot im Kopf Eins, zwei Bis zum Teil Bis zum Teil Und das ist nicht Das ist das Böster 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 Giving ihn Schot To earn That trophy Da With A 1V2 Ich muss mich hinsetzen, sonst fall ich um. Wieso ist das so spannend, Chat? Okay, so muss ein Finale aber sein, hast du recht, Robert, man. Okay. Eins, eins, Chat. 2-Name-Collateral! Na laut, why so quiet? 25 AP, Bruder, verabschied dich auch mal von der Runde. Oh, Scheiße, let's go Fnatic, Leo, schöner Schock, Dartmann. 13-12, Chat, 13-12. Die machen das einfach noch, Chat, die machen das noch. Boah. Hat der ein Kondom in der Hand gehabt? Dirk-MVP, Mann. So, jetzt der Attack. Wilde Harbor Wall, auch Mitte geblockt damit. Ich, ich, ich gönn's Fnatic so. Ich freu mich so für die, die müssen die Trophy hochheben. Komm schon. Oh, die haben schon wieder einen guten Read, laut. Oh, die dürfen da nicht rein, die dürfen da nicht rein, die dürfen da nicht rein, die dürfen da nicht rein. Alpha-Year geht wieder zurück, aber der hält nur den Flank. Und jetzt kommt der Engage, aber schön gemacht, schön koordiniert. Schöner Spraydown von Chronicle. Oh nein, Alpha-Year kriegt auch noch einen durch die Smoke. Na, wo seid ihr jetzt laut? So fühlt sich das an, wenn man durch die Smoke abgesprayt wird. Tja, das gibt so einen fetten Moment gleich. So, Fnatic. Fünf gegen eins. Chat. Das ist der Sieg. Das ist der Win. VCT Lockins geht an Fnatic. Bro, der Puls bei dem ist bei 300 Millionen. Dirk holt den. Dirk holt den! Dirk holt den! Dirk holt den! Fnatic gesiegt! Nice one! GG! Alter! Nice one! Holy quackamole! Fnatic gewinnt, Chat! Fnatic gewinnt! Der� ins Hinterguss! Das kaffegt! Als Blizzard gesagt hat erwartet. Pulsier hat einem auch wieder jetzt gesagt.